Wer oder was kann den deutschen Fußball noch retten? Ich glaub, der deutsche Fußball, der kehrt wieder weg aus der politischen Schusslinie, ran an die deutschen, wie sagt man, Kunstrasenplätze. Weil wer glaubt, dass nur Katar keine Ahnung hat von Menschenrechte, der hat noch nie Eltern beim Fußballspiel von der F-Jugend erlebt.